Willkommen zu einem neuen Video des Teilekanals. Naja, Sie haben mich gebeten, über den Fehler P0191 zu sprechen, naja. Dieser Fehler in der Diagnosemaschine bezieht sich auf den Rampendrucksensor. Wie diesen, den ich dort in der Hand habe, naja, Sensorbetriebsprobleme, Grenzwerte, ok. Das können hohe Werte oder niedrige Werte sein. Sehen wir uns die Hauptprobleme an, die das Fahrzeug uns bereiten wird. Naja, da es den Motor kostet, den Motor anzuschalten, zu starten, bis er startet Motor defekt. Im Rahmen und da muss man natürlich aufpassen, da das Fahrzeug beim Laufen zum Stehen kommen kann, ok. Dann kann man fahren, naja, denn das Fahrzeug ruckelt und naja, beim beschleunigen reagiert es nicht das Fahrzeug wie es sollte und das liegt daran, dass die EQ erkennt, dass die Druckwerte, die dieses Teil angibt, falsch sind, ok. Deshalb erscheint dieser Fehler das Teil, das Erste, was es wäre, zu versuchen, es zu reinigen, natürlich. Schau, es ist L. Dort sieht man ein Loch, dort erkennt es den Kraftstoffdruck. Es hat unten eine Membran und sie haben auch, die meisten haben einen Filter, damit sie keine Verunreinigungen bekommen, die im Diesel oder Benzin selbst sind. Aber manchmal, gut, gut, bleiben die Verunreinigungen dort, manchmal kann es mit einem Kontaktreiniger gereinigt werden, manchmal ist es gereinigt wird, und es wird dadurch gelöst, aber auch andere Zeiten es nicht gelöst wird. Und sie haben, es zu ändern, ok, hier haben sie den Stecker zu. Dies sollte auch überprüft werden, denn manchmal liegt es auch an Verschmutzungen am Stecker selbst. Oder es kann auch ein Problem mit der Verkabelung sein, ok, dann muss man sehen, ob der Fehler auch von anderen Fehlern begleitet wird, gegebenenfalls sei ein P1200, ein P0200 und andere und da müssten sie sich andere Dinge ansehen, ok, denn manchmal kann es auch ein Problem mit dem Druckregelventil sein. Das nicht gut funktioniert und manchmal kann die EQ diesem Teil die Schuld geben. Aber, das ist meistens bei älteren Fahrzeugen, bei moderneren Fahrzeugen, wenn oder es ist ein Fehler dieses Teils vorhanden, liegt das Problem normalerweise hier, was das Teil oder die Verkabelung sein könnte, bei älteren Fahrzeugen kann dieser P0191 alleine auftreten und es stellt sich heraus, dass er nicht genug Druck auf die Schiene erreicht, ok, es kommt nicht genug Druck an, weil es vielleicht ein Pumpenproblem ist, dass es es nicht erkennt. Wie gesagt, oder es kann sogar der verstopfte Filter sein, sogar die Menometerpumpe, die Kraftstofftankpumpe, die schickt nicht genug Druck, ok, da muss man schon ein bisschen mehr suchen, aber bei moderneren Fahrzeugen habe ich schon gesagt, dass es sehr gut unterscheidet, ob der Fehler von hier kommt oder diesen Fehler wiederum gibt, aber auch, wenn die EQ zweifelt, kann es mehr Fehler geben, weil die EQ es kann erkennen, es sagt, dieser Teil, der Drucksensor, gibt mir nicht den richtigen Druck, aber ich habe einen Injektor, der gut 1, 2. sein kann, 3 oder 4, es kommt auch auf das Fahrzeug an. Was auch immer, dass ich als offen erkenne, dann gibt es schon mehr Informationen und wir müssten weiter. Schauendes Sachen, ok, aber hauptsächlich wenn dieser Fehler auftritt, in den meisten Fällen tritt. Das Problem normalerweise auf, wie ich zu diesem Stück sage, ich sage auch, dass es vom Alter der Fahrzeuge abhängt, sodass die Informationen des Steuergeräts mehr sind oder weniger genau, ok, hier ist. Dieses Video, wenn es für dich nützlich war, vergiss nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren. Das Video, wenn es für dich nützlich war, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren.